Ja, Sabrina, es ist doch erst Freitag. Und trotzdem kehrst du. Soll regnen am Samstag. Wird's aber nicht. Du, Lisa, ich hab da was gehört. Wenn das rauskommt, das schlägt ein wie eine Bombe. Ich sag nur, Fußgängerzone. Und das hier bei uns. Hat der Gemeinderat längst auf die Tagesordnung gesetzt? Nein. Für den Vasen und die Mineralbäder haben sie auch was geplant. Gibt's doch nicht. Und letzte Woche haben sie eine Kehrwochensteuer beschlossen. Kehrwochensteuer? Jeder, der schon am Freitag kehrt, muss extra zahlen. Woher weiß die olle Schrulle das bloß immer alles? Ja. Woher bloß? Überde Toussaint. König Alternativen. Vielen Dank.